Ach, das war mir da zu einfach. Ein Helm. Okay, kleiner grüner Stein. Bonuserfahrung, Bonuserfahrung, Monster. Das Ding ist gut. Sollte ich mir eigentlich antun, ne? Ich gucke mir mal gerade den Helm an. Rüstung da. Plus 3. Und der hat... Keine Ahnung. Ich rüste den mal aus. Sieht auf jeden Fall besser aus, ne? Jaho! Das ist cool. Schau ihn neu an. So, hier usselt doch noch irgendwas rum. So, roh im Karton. Wie soll ich denn hier meine Arbeit machen bei dem Krach? Gut, ich gehe mal wieder runter. Ich nehme die Blume mit. Und gehe wo lang? Eigentlich Luftlinie da hinten hin, ne? Oder es sind Skeks, ja. Luftlinie da hinten hin, hört sich gut an. Ich gehe mal hier drüber. Was ist das überhaupt? War das mal eine Brücke? Oder auch ein Damm? Oder... Ups, Halla. Da ist die erste Lava. Schaut es euch an. Oh, Moment. Ich wollte ihn da unten, äh... Zur Leibe rücken, aber... Hier sind noch ein paar Sachen. Danke für dein Fleisch. Lieber Krita. Die erste Lava entdeckt. Cool. Schön hier, ne? Kleine Oase hier. Könnte man sich doch glatten Campingstuhl hinstellen. Hahaha. Oh, und Skeks. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Weg von den Skeks. Oh, was ist das denn? Ist das eine kleine Siedlung? Soll ich da mal ganz unverfroren da einlaufen? Was war das? Okay. Was ist das? Was ist das? Ich sehe es nicht. Ach so. Ich bin gerade nicht erkannt da in dem Gebüsch. So, ich speichere mal. Es könnten auch Banditen hier hausen, ne? Oh ja. Das sieht aus wie Banditen. Oder? Ist das wieder hier was Tolles? Hallo? Wollt ihr mir was tun? Oder bist du ganz... Der tut mir nix. Ich bin schon zu nah dran. Also loote ich erstmal in Ruhe. Wo bin ich überhaupt? Ich bin kurz vor dem Lava-Gebiet. Vor dem Kleriker. Vor der Kleriker-Hut. Erstmal die Gabel klauen, ne? Das ist schon mal Fakt. Und loko ist Klopapier. Da ist Gold im Pott. Schön. Ein goldiger Pott. Da hinten ist noch eine Scheune. Was gibt es hier noch so zu entdecken? Gar nichts. Mit ohne gar nichts, ne? Okay, das darf ich nicht nehmen. Dann wird er wahrscheinlich aggressiv. Darf ich den hier oben mal gucken? Ja, ne? Ah, hier hat er sich komplett Stege gebaut, ne? Um die Viecher zu bekämpfen oder ähnliches. Da liegt ein Schwert. Mit zwei Händen. Aber sieht der mich denn? Ich speichere mal ab. Blöp. Er sieht mich doch gar nicht. Sie sehen mich nicht. Sie sieht nicht aus. Was? Mach auf jetzt. Zu einfach. Sabbelwasser? Was ist denn Sabbelwasser? Rezept Brotsuppe. Danke. Ja, ich kann nicht widerstehen. Ist so. Ist so. Ich schäme mich dafür auch nicht. Da liegt was. Ach, Schrott ist das. Geldbündel. Irgendwas Interessantes hier im Haus. Bolzen Krug. Hinten raus. Ah, guck mal. Der hat hier sogar Mitarbeiter. Weiter. Cool. Ich hab keine Zeit. Ja gut. Das ist löblich, wenn du zu tun hast. Wie wollt ihr nochmal gucken, ne? Da ist noch so einer. Detlef arbeitet auf dem Feld. Tag und Nacht. Nacht und Tag. Detlef. Da muss ich dich loben. Wie ist das Leben als Bauer? Anstrengend. Okay, Detlef ist ein Mann der vielen Worte, ne? Erzähl mir etwas über dich. Ich bin Detlef. Ah, ja. Du bist nicht sehr gesprächig. Sprechen macht Kopfschmerzen. Und wer spricht, arbeitet nicht. Brauchst du Hilfe? Alle sagen, ich bin unnütz. Detlef kann gut hauen. Aber Emmett hat es ihm verboten. Immer muss ich auf dem Feld arbeiten. Aber ich verwechsel gutes Kraut mit schlechtem Kraut. Hilfst du mir? Och, jetzt tut er mir ein bisschen leid. Ja, sicher. Gut. Ich helfe dir. Danke. Du bist ein Freund. Ja, was brauchst du denn? Hier. Unkraut. 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 Heilpflanze. Detlef. Wo hast du hier noch Unkraut? Komm. Ich habe einen Adlerblick. Wo hast du Unkraut? Was war das denn? Achso, das war er selbst. Hier. Unkraut, Detlef. Vier von sieben. Was haben wir hier? Giftkraut. Unkraut. Detlef. Wir kriegen dir das hier wieder in Schuss. Da laufen irgendwelche Mopeds rum. Ja, dann gehe ich mal hier runter. Und suche erstmal Unkraut. Feuerkraut. Ist das Feuerkraut nicht viel gefährlicher als dieses blöde Unkraut? Ich finde auch kein Unkraut mehr, Detlef. Unkraut vergeht nicht, Detlef. Komm her. Hier, bitteschön. Hier. Das sollte alles Unkraut gewesen sein. Du bist schnell. Viel schneller als Detlef. Hier. Gutes Kraut als Belohnung. Was hat er mir jetzt gegeben? Setzerbrot? Ja, Detlef. Das ist... Mach mal weiter. Mach mal weiter. Man soll ja nicht über Behinderte lachen. Ne? Es sei denn, die lachen wie, dann ist egal. So. Rucksack. Was versteckt ihr denn hier? Kleiner roter Stein. Bonus Schaden, Bonus Wuchtschlag. Ich muss unbedingt mal lernen, Waffen zu verändern. Das erleichtert mir mit Sicherheit das Leben hier auf Dauer. Mann, hier nicht viel rum. Brot. Wohnt hier Detlef, oder was? Okay, ich spreche mal hier mit dem Gurkenkopf hier, den Master of Disaster. wieder ein Fremder. Wieder ein Fremder. Ich hoffe, du bist nicht hier, um dich an unseren Vorräten zu vergreifen. Deine Leute haben das letzte Mal schon so gut wie alles mitgenommen. Meine Leute, was? Meine Leute, von wem redest du? Ich hatte dich für einen Banditen gehalten, aber ich habe mich wohl geirrt. Zumindest würde es deine Nachfrage erklären. Für mich ist nur wichtig, dass ich in absehbarer Zeit wieder meine Ruhe bekomme und das Feld bestellen kann. Stattdessen verstecken wir uns hinter Palisaden und fürchten um unser Hab und Gut. Banditen, Viecher, Kleriker, wann findet das endlich mal ein Ende? Okay, der hat Probleme, der Typ, da braucht bestimmt Hilfe. Erzähl mir mehr über diesen Ort. Mein Vater hat das Land hier urbar gemacht. Die Lage ist ideal. Das Wasser ist brauchbar, die Gegend abgeschieden und versorgen können wir uns selbst. Durch die andauernden Kämpfe zwischen den Fraktionen müssen wir allerdings immer wieder Menschen verschiedener Herkunft Obdach gewähren. Und anstelle von Dankbarkeit hat sich unser Wohlstand herumgesprochen. Und so kommen nicht nur die Friedfertigen. Warum heuerst du keine Söldner an? Jungchen, das Erste, was das Söldnerpakt tun würde, ist uns in Ketten legen und auf unseren eigenen Grund und Boden zur Arbeit treiben. Das Schicksal in fremde Hände legen kann nicht der Weg sein. Deine Ratschläge in allen Ehren, aber ich bezweifle, dass sie auf uns Bauern zugeschnitten sind. Irgendetwas stimmt mit deinem Knecht nicht. Redest du von Detlef? Das ist unser Sorgenkind. Der arme Tropf konnte einer Granate nicht schnell genug ausweichen und ist seitdem nicht mehr ganz beisammen. Ich habe ihn hier aufgenommen, weil er auf sich allein gestellt keine Zukunft hat. Darum gebe ich ihm zu essen und zu trinken und er tut, was er kann. Was zugegebenermaßen nicht gerade viel ist, aber darauf kommt es mir nicht an. Uiuiui, das ist ja nett. Die Befestigungsanlagen scheinen nicht viel zu bringen. Anfangs sollte uns die Palisade lediglich die Biester vom Hals schaffen. Dann kamen die Banditen hinzu, also musste ich sie weiter verstärken lassen. Meine Männer sind keine fähigen Kämpfer, aber es hat gereicht, um die meisten Galgenvögel abzuschrecken. Nur als die Kleriker auf den Plan rückten, brachte uns all das nichts mehr. Gegen ihre Bewaffnung haben wir einfach keine Chance. Und jetzt kommt regelmäßig eine Abordnung dieser Kerle vorbei und beschlagnahmt fast alles, was wir dem Boden abgerungen haben. Dass ich meine eigenen Leute kaum noch versorgen kann, ist ihnen egal. Wenn du willst, helfe ich dir, deinen Hof zu verteidigen. Wie gesagt, ich will keine Söldlinge. Aber ich will mir anhören, was du vorschlägst. Bist du denn gut darin, unblutige Lösungen zu finden? Meine Felder sollen mit Wasser und nicht mit Blut getränkt werden. Oh Mann. Kämpfen oder verhandeln? Verhandeln kann ich gar nicht. Lass mich die Verhandlungen führen. Ich bin mir nicht sicher, ob du der Richtige dafür bist. Du scheinst dich eher auf das Kämpfen als auf das Reden zu verstehen. Ich will es dennoch probieren. Hautnäckig bist du, zugegeben. Und vielleicht wirst du mir schon bald beistehen müssen. Bisher war es so, dass die Kleriker abgezogen sind, nachdem wir ihnen einen Großteil unserer Vorräte übereignet haben. Seit sie aber wie verrückt ihre Kampfmaschinen produzieren, sind ihre Vorratslager leer. Darum denke ich, werden sie sich bald auch noch den Rest unter den Nagel reißen wollen. Wenn du dich aber nicht einmischen möchtest, würde ich es verstehen. Moment mal, das klicke ich noch nicht an. Ich möchte ja bei den Klerikern mitmachen. Da will ich doch hier keine negativen Schwingungen aufkommen lassen. Ich lasse das erstmal so, wie es ist und versuche mal jetzt, die Alps zu finden. Ne? Moment. Eine Sache muss ich... Ach nein. Jetzt locke ich den auch noch hier rein, warte. Los, komm jetzt. So, jetzt ist hier Ruhe im Karton. Ich wollte eigentlich nochmal schlafen gehen. Weil es gleich dunkel wird. Da ist eine Matratze, die kann ich nicht nutzen. Wo ist denn hier? Ach, da drin war aber auch ein Bett, ne? Auch ein schönes Bett, nehme ich. Ja, ich schlafe auch mit Maske. Sicher, weil es hier so stinkt. Gut. Oh, stand da. Ein Doppelläufer. Da bin ich aber interessiert dran, ne? Ich speichere mal ab. Ciao. Ich habe einen Doppelläufer geklaut. Oh, guck mal, hier ist noch einer gespawnt. Nett. Sehr nett. Komm mal ran da, du. Lugkralle. Du bist auch nicht hübscher als die anderen. Wo finde ich denn jetzt hier ein paar Alps? Ups, da ist eine kleine Familie. Ich gucke mal gerade. Also hier geradeaus und dann links hoch. Lasst mich in Ruhe, dann lasse ich euch in Ruhe. Ist das ein Deal? Ich hoffe. Da oben sind noch irgendwo hier. Kreaturen. Die sind auch nicht so stark, ne? Auf jeden Fall haben die Schaden haben die nicht wirklich gemacht. So, mal speichern. Ich glaube hier oben auf der Straße müssten die irgendwo rumlaufen. Hier ist ja alles voll. Oh, da oben ist ein Skeks. Ich glaube, das waren Skeks, ne? Ich habe zwar schon einen besiegt irgendwann, aber das ist mir eigentlich viel zu kostenintensiv. Weil ich mich danach erheilen muss und die ziehen eigentlich ganz schön runter, ne? Das bedeutet doch, dass wir uns hier vorbeischleichen müssen. Hier ist Blut. Und Fleisch. Da ist der Skeks. Mitten auf dem Weg. Gut, dann schlagen wir uns mal nach rechts. Ja, mit dem kann ich rum, ne? Haha, ausführlich. Habe ich jetzt ausgenommen? Habe ich, weiß ich nicht. Ging zu schnell. Danke. So, da vorne ist er. Speichern. Zwei Fleisch reinkloppen. Und dann mal runter gucken. Aha, okay. Die ist employee reinkloppen. Zack. Da. 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 Sumon. Da. 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 Bis zum nächsten Mal.